Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi und heute habe ich für euch 11 Booster und zwar mache ich daraus ein Team. Ich mache aus jedem Booster einen Spieler und daraus muss ich dann ein Team bilden und mal gucken wie gut das Team wird. Ich hoffe es wird mega und dann würde ich sagen wir sehen uns gleich nach dem Intro. Ja, also wie gesagt 11 Booster und daraus wähle ich dann aus einem Booster immer einen Spieler und mal schauen ob wir ein Team überhaupt zusammen bekommen, also mit Torwart und allem. Und dann würde ich sagen legen wir los, ich habe hier die 5er Booster, vielleicht ziehen wir noch geile Karten, mal schauen. Und los geht's. Hier haben wir wieder den Kot für euch. Zack. Wir hätten hier schon mal einen Torwart, das ist schon mal nicht schlecht. Radecki von Leverkusen. Dann hätten wir hier Mittelfeld Schlager von Wolfsburg. Wir hätten hier Gebauer von Bielefeld. Wir hätten hier eine Schiedsrichterkarte, trauen wir aber nicht. Und dann haben wir hier noch Diaby von Leverkusen. Also ich werde jetzt erstmal auspacken, gucken, ob ich ein Team sammeln bekomme und dann vielleicht kann ich noch ein, zwei Mal wechseln. Das ist fast wie bei Dennis das Draft, also Würfeldraft, nur ich mache das ohne Würfel. Falls ihr immer wollt, dass ich das mit Würfel mache oder mit irgendwas anderem, es gibt ja so eine App, wo man drehen kann, wie so ein Glücksrad. Und da könnten wir ja dann gucken, wir haben hier Bregalo, Mittelfeldspieler von Wolfsburg. Dann haben wir Mascarelle von Schalke, auf jeden Fall mal nicht. Dann haben wir nochmal Mittelfeld, Kainz. Also nur Mittelfeldspieler im Moment. Dann haben wir nochmal Torwart. Und dann haben wir hier Jaden Sancho. Und den holen wir natürlich mit aus diesem Pack. Den machen wir mal. Wie rumlegen wir sie denn? Könnten wir eigentlich auch so rumlegen. Also hier ist Torwart. Dann legen wir den hier hin. So, der kommt über rechts. Und wir haben den dritten Booster jetzt. Ich bin mal gespannt, was das für ein Team wird. So, hier nochmal der Code. Wir haben hier Emil Forstberg. Schon mal gar nicht schlecht. Erstmal rumdrehen hier alles. Dann haben wir Christian Gentner von Union. Wir hätten hier Gonzales von Stuttgart. Wir haben hier Abwehrtrimmel von Union. Und dann haben wir nochmal Mittelfeld. Und Jonathan Schmid von Freiburg. Und ich denke mal, hier holen wir den Abwehrspieler. Weil das ziemlich mau ist im Moment. Abwehrspieler. Den setzen wir mal hier hin. Weiter geht's mit dem vierten Booster. Da war der Code. Oh, hier Pischtec. Abwehrspieler. Mal gucken, was noch kommt. Wir haben hier Sebastian Rode. Mittelfeld. Dann haben wir hier Finn Bogazson von Augsburg. Wir haben Tim Leibold von HSV. Dann haben wir hier Starspieler Amina Harit. Auch nicht schlecht. Aber ich hole mir hier den Abwehrspieler. Und zwar Pischtec. So. So, ich habe ein bisschen rausgezoomt jetzt. So, der mehr in die Mitte. So, der kommt hier rechts außen. Also hier rechts außen haben wir nur Dortmund noch bisher. Mal schauen, wie es weitergeht. Booster Nummer fünf. Wenn ich ihn aufbekomme. Jawohl, jetzt. So, der Code. So, wir hätten hier Stindl von Gladbach. Wir hätten hier Bebu von Hoffenheim. Wir hätten hier Gebre Selassie von Werder Bremen. Dann hätten wir hier Abwehr. Gunther von Erzgebirge Aue. Und dann haben wir hier noch das Frankfurt-Club-Logo. Das kann man ja schlecht benutzen. So, hier holen wir... Ich hole hier Selassie. Man könnte ja den näher noch tauschen, wenn irgendwas Besseres kommt. Nächster Booster. Das ist schon der sechste Booster. Na, er will nicht. Äh, geht das so? Jawohl. Ja, manchmal geht's böse auf. So, wir hätten hier den nächsten Code. So. So, wir hatten hier Sabitzer. Mittelfeld. Schon mal nicht schlecht. Dann haben wir hier Arnemeier. Nochmal Mittelfeld. Dann haben wir hier, ähm, Prömel. Von Union. Dann haben wir vom KSC Gondorf. Und dann haben wir hier noch Klostermann. Von Leipzig. Ähm, puh. Ja, wen holen wir denn da jetzt? Die drei mal weg. Entweder Sabitzer oder Klostermann. Ähm, puh. Ja. Äh, gute Frage. Ich glaube, ich hole hier erstmal den Abwehrspieler. Ich kann den ja näher noch holen. Den Sabitzer. Nächster Booster. Ja. So, hier hätten wir, äh, Code. So, wir haben hier Pabsoba von Leverkusen. Dann hätten wir hier Jonathan Schmid von Freiburg. Dann hätten wir hier Nilsson von Arminia Bielefeld. Dann hätten wir hier Tom Kraus von Nürnberg. Und dann hätten wir hier noch Star-Spieler Max Kruse von Union. Ähm, bluh. Schauen wir mal. Also ich meine, wir könnten hier Max Kruse mal holen. Erstmal. Naja, bis jetzt. Äh, jo. Boah. Geht schon wieder so böse auf. Ah, hier. Jetzt geht's. Jetzt geht's. So. Den Code. Oh, oh, oh. Come on. Come on von den Bayern. Mal gucken, was noch so kommt. Aber, der scheint jetzt schon mal sehr gut zu sein. Wir haben hier Sanchez, äh, Just von Mainz. Sanchez. Dann haben wir hier Zimmermann von Fortuna Düsseldorf. Wir hätten hier Philipp Kostic als Dauerbrenner von Frankfurt. Wir hätten hier Matchwinner Öztunali von Mainz 05. Und dafür entscheide ich mich natürlich für Coman. Der kann dann hier über, bluh, bluh, über links kommen. So. Wir haben jetzt noch drei Booster. Was werden wir jetzt noch ziehen für diese Mannschaft? So. Code. Wir haben hier Brooks von Wolfsburg. Ich wollte schon wieder Werder Bremen sagen. Tee. Ähm, wir haben hier Baumann. Der ist hier ein bisschen besser. Eindringlich besser. Aber ich bleib bei Radecki. Dann haben wir hier Modest. Von Köln. Dann haben wir hier Bubala von Sanpauli. Und dann hätten wir hier noch Quizon von Mainz 05 als Darspieler. Ähm. Puh. Also dieses Pack war nicht so der Stepburner. Ähm. Ich hole hier Modest. Der kann ja so als hängende Spitze spielen. Sieht man noch. Max Kruse. So. Vielleicht bekommen wir jetzt noch zwei Mittelfeldspieler. Den könnten wir hier noch hin machen. Als defensives Mittelfeld. Wenn nicht, machen wir es anders. Dann spielen wir mit zwei Spitzen. Wir haben hier den nächsten Code. Oh. Wir haben hier Niklas Süle von den Bayern. Vielleicht werde ich den gleich einwechseln. Dann haben wir hier noch Da Costa von Frankfurt. Ähm. Erstmal hier drauf. Dann haben wir hier noch. Ähm. Suku. Von Arminia Bielefeld. Dann haben wir hier noch Fröde vom KSC. Und dann haben wir noch das BVB-Club-Logo. Ähm. Jo. Ähm. Was machen wir hier? Äh. Gute Frage. Ne? Ähm. Abwehr habe ich ja schon voll. Lukas Klostermann ist Abwehr. Das ist alles Abwehr hier. Ähm. Wenn ich jetzt Martinez gezogen hätte von den Bayern. Ich sage mal. Ich tue hier. Also ich brauche einen Mittelfeldspieler. Cool. Ich hole hier den hier. Vom Arminia Bielefeld. Ich sage mal. Ich darf. Zwei oder dreimal wechseln. Je nachdem was ich jetzt noch ziehen werde. So. Code. Der letzte Booster ist das natürlich jetzt. Wir haben hier Elwedi von Gladbach. Dann haben wir Framberger von Augsburg. Wir haben hier Paflenka von Werder Bremen. Wir haben hier Trap vom Lübeck. Lübeck. Und dann haben wir noch. Äh. Schon wieder. So. zu Kuh. Als Matchwinner diesmal. Und. Äh. Ja. Also hier war ja nichts so berauschendes dabei. Abwehr habe ich eigentlich fast schon voll. So. Ich werde hier. Ach. Das geht ja gar nicht. Ich kann ja nicht zweimal den aufstellen. Abwehr. Tor. Abwehr. Abwehr. Ich mache es so. Ähm. Ich stelle den hier hin. Den Abwehrspieler. Framberger. So. Also hier sind die Außen. Command und Sancho. Dann haben wir hier. Äh. Modest und Max Kruse. Als. Sturm. So. Dann haben wir hier Abwehr. Äh. Klostermann. Hier haben wir. Trümmel. Selassie und Piszczek. Und im Tor haben wir Radecki. Im Mittelfeld haben wir Framberger und Zuckou. Jetzt werde ich zweimal wechseln. Erstmal. Und zwar hole ich hier aus der Abwehr. Den hole ich denn da raus. Coole Frage. Ähm. Ich hole hier den Bremer raus. Und setze den hier rein. Niklas Syll natürlich. Und dann würde ich sagen. Äh. Tumir Sabitzer. Tauschen. Mit. Äh. Framberger hier. Ja. Ich kann da nochmal Zorro machen. So. Zack. Ist vielleicht besser zu sehen. Dann die hier. Die zwei. Bisschen hier so drüber. Dann hier Sancho. Coman. Coman. Und dann hier die zwei Stürmer. Oh. Sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Radecki. Klostermann. Äh. Wie hieß er nochmal? Grimmel. Süle. Pistek. Suku. Sabitzer. Coman. Sancho. Modest. Und. Max Große. Ich kann ja mal gucken. Ob ich noch einen anderen Abwehr. Äh. Abwehrspieler. Mittelfeldspieler. Finde. Äh. Der bestimmt nicht. Auch nicht. Ähm. Ich hatte doch den Schalker vorhin. Wo ist dann der? Wo ist der Schalker? Hier. Also dreimal wechsle ich auf jeden Fall. Zweimal habe ich schon gewechselt. Und jetzt wechsle ich noch einmal. Und zwar werde ich hier so Kuh rausholen. Und den Schalker. Äh. Harit rein machen. So. Das wäre mein. Äh. Bestes Team. Finde ich. Ihr könnt mal ja noch. Äh. Äh. Irgendwas in die Kommentare schreiben. Was ich besser machen kann. Oder. Vorschläge. Äh. Was ich hier. Einbinden könnte. Zum Beispiel mit den Würfeln. Aber ich will das nicht nachmachen. Also. Ich will das ein bisschen anders gestalten. Äh. Der Torwart muss natürlich auch so. Äh. Ja. Also falls euch dieses Format gefällt. Dann. Äh. Natürlich ein Like da lassen. Und falls du noch kein Abonnent von meinem Kanal bist. Kannst du ihn kostenlos abonnieren. Und die Glocke aktivieren. Dass ihr nichts mehr verpasst. Auf meinem Kanal. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Was ihr zu diesem Team haltet. Oder welche Spieler ihr geholt hättet. Hier aus meinen Packs. Ja. Dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.